Juhu. Aufschauen, jetzt! Ne... Witzig! Tschaui, Gong. Timing ist alles. Ja, ja, it's all about timing. Ja, da kommen irgendwelche Dinger rausgeboren, alter. NEIN! Hä, bin ich zu dumm dafür? Du möchtest die Antwort darauf wirklich wissen? Ja, jetzt hab ich's. Oh, ihr Ninios. Nein! Ich bin immer zu schnell. Ich auch. Die Kugeln sind mir zu schnell, äh, zu langsam. Ich komme immer zu schnell. Haha. Autsch. So. Einmal durchschnaufen, dann den übelsten Ninja ran. Ah, fucking plus! Ach, komm schon. Ah, ich find's lustig. Ah, das Level ist so doof. Oh Gott. So, ihr habt auch sonst keine Probleme, oder Leute? What the fuhuah! What, 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 what? Oh. Geschafft. 17 Sekunden hab ich gebraucht. Und 16. Ah, das können wir immer nochmal machen. Aber das ist witzig. Und das schau ich jetzt an einem Mal A+, und wenn nicht, dann, ey, GG. Warst du dann GG? Ja. Dann hat mich das Game kaputt gemacht. Ach, noch nicht? Nö, nö. Tja. Boah, komm! Das ist doch voll OP. Ach, komm. Einmal noch. Ich bin dabei. Ich bin da. AAAAAAAA! Okay. Boah, ich rage gleich ab. Ey? Dann ist das Enragement. Oh. Äh, Lull. Fleischbelgig. What the fuck is das? Lull. Das ist echt bittig. Ey, wir sind eben hier vor mit den Portale. Weee, geil! Das kommt auch nur von einem Ingress-Spieler. What? Ah! Nein! Nee! Ah, loil! Ich hab schon vier Portale angemeldet gekriegt bei Ingress. Echt? Ich hab schon zwei. Alleine in einer Straße. Ja, bei mir wurden 15 abgelehnt, glaub ich, mittlerweile. Echt? Bei mir nur zwei. Eines hab ich, äh, so'n komischen Blumenkopf, der war Haus zerstellt, aber dann war es irgendwie nicht. Das andere war... Komisch! Äh, das Level war irgendwie zu einfach jetzt, oder? Warte, hast du das gerade gesagt? Ja! Also, dieses neunte Level da? Ach, ich weiß gar nicht, welches genau das war. Da, wo man einfach so'n komisches Portal reinjumpen muss? Und dann... Ach, das? Ja, irgendwo schon. Nein, 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 nein! Ah, ja gut, aber ich... wie gesagt, ich nehm ja nur ein HD auf. Äh, check ihn nicht. Ach so! Wie, nur ein HD? Ja, ich hab' das Level jetzt gecheckt. Ah! Unbelievable! Ja! Noi! Oh, ist das... ist das ein behindertes Laryl? Jetzt muss ich jedes Mal diese kurkumische Kacke hier machen? Nur um da durchzukommen? Nein! 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 Ah! Ach, halt die... Warte, 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 warte! Wee, wee! Nein! Oh, ich krieg's bald hin! Ich krieg's bald hin! Komm, ich krieg das hin! Ah! Du schaffst das! Jo! Wir glauben alle an dich! Nein! Außer mein Abonnenten! Boah, bitchig! Was würdest du, wenn wir jetzt noch ein bisschen länger aufnehmen? Schaff ich nicht mehr, das abzurändern während dem Tennis. Echt nicht? Naja... Ich müsste es halt noch reinschneiden, die Audiospuren bearbeiten... Bearbeiten? Einfach alles reinklatschen? Bäh! Obwohl, die Audiospuren mach ich auch immer richtig. Äh, so von wegen so... Rauschen entfernen und so ne Kacke. An dem Mikrofon grad scheiße ist. Rauschen entfernen? So etwas kenne ich gar nicht! Echt nicht? Level fucking abgeschlossen in A+. Damn! Ja doch, ich kenn's schon. Immer von dir. Ja! Aber wenigstens hab ich jetzt kein Echo mehr. Oder du hast kein Echo mehr. Echo! Echo! Eh! Eh! Das ist an der auch mal Echo. Lululululululub! Ah! Bitchig! Ah! Haha! Ich glaube das Level wird sich auch erfreuen. What the what? Nee, mein Controller hat blockiert. Ey, was soll denn das? Wer hat die Art, was denn nicht mehr drücken? nee nein einfach nur geradeaus rennen bin ich dumm ah plus so Level 20 schaffe ich auch noch. Boss bereits! Bäm! ich habe das Gefühl ich muss irgendwo ganz viele Bandage vergessen haben in der Dark World sind auch welche oder? ja nicht nur deswegen meine ich, ich hab welche vergessen hast du solche Dinge in den komischen äh wie heißen die komischen hässlichen Zwischenwelten? ach die Warp Zones? genau tja ha 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 bitte ich Super Meat Boy setzt ihre Instinkte wieder auf Naturinstinkte zurück yes A plus Orgat Ich spiele euch Nessel mit ey und jetzt? Achtzoo ah ha jetzt habe ich I gotdet Ake Lol Einer der besten... Nein, nein, nicht LOL, sondern Dota-Spieler der Welt. Was? Das ist ein witziges Level. Eier, teier, neier, teier. Äh, wat? Wie soll ich das mir ja zurückschaffen? Komm schon. So, ne? Du musst ja theoretischerweise einfach nur... LOL! Das hat geklappt? Äh, hätte geklappt, wäre ich nicht abgestürzt. Ähm... AAAAAH! Ich werde sterben. Jetzt bin ich an der Decke. Komm, das war blöd. An der Decke? An der Decke, ja. Du bist an der Decke gekommen. Ja, man, kennst du nicht Scary Movie? Das ist ja un-un-un-un-un-impossible. Un-un-impossible? Also possible? Total easy. Das geht gar nicht! Ich... Hehehehe. Ja, also impossible. Leute. Eeeh. AHAHAHA! Ich glaube, ich muss demnächst auch in die Psychiatrie. Klar, warum nicht? Bielefeld in Bethel, hier gibt's viele. Ja, verständlich. Nein, doch nicht. Nein, doch. Das war jetzt hier Brain Lake, ne? Von dem komischen Portal. Sie hätte längst wieder spawnen müssen. Komm, ah, ah. Ja, 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 ja. Genau so. Nochmal eine Runde. Ahaha! Ah! Hihi! Mann, ist dieses komische Laser-Auge witzig. Das wird dir noch relativ wenig Spaß verbreiten. Juhuui! Au. Man darf nicht... Ah! Das ist so bittig, weil das ist so einfach. Ach, ich hab einfach nur keine Nerven dafür. Du hast keine Begabung dafür? Was? Nerven. Nerven. Weißt du, das sind so die Vendriten und dann... Was? Der Axon? Hast du vom Momon? Bist auch so ein Momon, Alter. Boah, bitte ich... Ach, voll ins Auge gejumpt, Alter. Da habe ich schon ein Augen, ich schmerze. Dick da! Ne, diese Augen ist schon blöd, ne? Ja, ja. Nahahahaha! Wie gesagt, das war auch in Endgame schon doof. Ne, ich meine, wenn du jetzt so welche hättest... Jedes Mal, wenn du einer Frau auf den Arsch guckst, du wirst du durch irgendwelche Arschkrempe oder so. So, wie mache ich das denn jetzt? Ach so, andersherum. Oh Gott, ich krieg das noch hin. Oh Gott. I got the power. I got the power. Ai, 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 ai. Nein! Komm, kann man die Anfangs scheiße mal weglassen? Das ist nur nervig. Ja. Seriously. Nein, warte, jetzt mach ich ab, los. Warte mal kurz. Das, ich kann einfach doch da rechts gleich rein. Ich weiß, wie diese Scheiße hier funktioniert. Ich auch. Nein! Nein! Ich krieg's noch hin. So, ich hab noch zwei Minuten, um zum Treffpunkt zu kommen. Ich glaub, wir machen in zwei Minuten mal einen Cut. Echt? Wir können ja theoretisch nachher noch aufnehmen. Nein! Nein! Ja, Ablos. So. Was, du Ablos? Fehler der Matrix! Fehler der Matrix! Wihuuu. Au. Ai, 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 ai. Mein Timing ist echt so auf den Arsch. Now I get the power. Warte, warte, mein Schlüssel. Gib meinen Schlüssel her, dann. Nein, das geht doch. Das hat zu gehen. Das geht überhaupt nicht. Nein. Jetzt hab ich die übelste Planung, Alter. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Geiles, Mann. Oh, dieser behinderte Schlüssel. Warum springt er denn nochmal hoch? Du ahnst mich? Hä? Ich ahne dich. Warum ahne ich dich? Du hast gesagt, du ahnst etwas Geiles. Achso. Ich ahne Schlimmes. What the heck? Nein! Ablos. Grrrrrrr. Easy. Easy. Gah! 14. Diese scheiß Raketen, Digga. Die sind ja noch schlimmer als in Endgame. Also du mit deinem Endgame, Alter. Das ist einfach der Mars a la Jump'n'Run-Spiele. Der Mars? Der Mars. Das ist Bruno Mars. Der Mars ist 0,5. Booyah! Ficken. What the? 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 Oh, Mann. Ich bin zu schnell. Ich krieg ja gleich den Rappel. Ich krieg gleich seriously den Rappel. Das ist doch witzig. Das war's gittig. Aha, jetzt hab ich's gecheckt, ne? Das ist da voll der Laser und der macht mich der kaputt. Einatmen. Ausatmen. Digga! Oh, ich hab den Laser gedodged, irgendwie. Was zur Hölle? Ich muss mal ganz kurz schreiben, dass ich vielleicht drei Minuten später komme. Vielleicht. Aus Versehen. Ich bin so, wann werd ich denn da sein? Gucken deine Treffpunkte heute auch deine Videos? Äh, nein. Gut. Die werd ich erst nie erfahren. Außer, wenn ich so geil wär, ne? Wenn ich dir das sage. Äh, mach das halt. Nö. Was hab ich davon? Du kannst mich ärgern. Das freut jeden. Außer, dass du nicht mehr zocken darfst und ich dafür einen großen Vorsprung kriege. Hm. Wieso darf ich da nicht mehr zocken? Weiß er nicht. Weil du ja die ganze Sache nur zockst. Ah, fucking plus! Bitch! Autsch. Ich hab jetzt alle Level bis auf zum Boss. Echt? Und alles a plus? Natürlich. Ich bin so ein Pro. Äh. Ich glaub, man jetzt auch einfach nur hört. Ich hab letztens sogar geschafft, auf dem PC in Battlefield mit dem Controller teilweise kurzfristig eine positive KD zu kriegen. Echt? Mit dem Controller? Das ist unglaublich. Das war das Erfolgserlebnis des Tages. Ja. Das andere war, dass ich es halbwegs geschafft habe, Chicken Wings hinzukriegen. Ey, das ist doch easy. Einfach eine Fritteuse schmeißen und fertig. Ja, A. Wir haben keine Fritteuse. B. Ich brauchte ja noch eine Marinade. Achso. Du hast keine Fettigen gekauft? Nein. Mann, bist du unfaul. Die schmecken einfach 30 Mal geiler so. Echt? Was hast du denn mit dem Marianne? Marianne gemacht? Mar-i-ade? Marianne. Genau. Marianne. Ich hab eine Marianne gemacht. Und was für eine? Dazu brauchst du eine Frau. Was für eine hast du denn gemacht? Weiß ich nicht. Einmal aus dem Internet. Weil ich die aus dem Kochbuch nicht gefunden habe. Wie bin ich denn da unten gestorben? Hä? Willst du dich verarschen? Was für das denn? Nein. Nee, ich steh nicht so auf Ärsche. Echt nicht? Eigentlich schon. Vielleicht nicht so auf deinen. Ja, meiner ist auf heiß. Naja, ich steh eher so auf weibliche Rundungen. Echt? Ja. Schade, hab ich keine Chance bei dir, ne? Naja. Ach. Musst du dich an Jakob wenden, der hat's geschafft. Echt? Ich hab eine Chance bei dir. Nicht nur eine Chance. Ah. Der sticht meine Freundin glatt aus. Muuuuh. Nein? Ich hoffe mal, die schaut jetzt das Video ja nicht. Hahaha. Das könnte bittig werden. Hahaha. Oh oh. Es war nicht so gemeint. Au. Au. Das Blöde ist halt, Jakob wird dieses Video schauen. Wenn er diese Szene entdeckt, wird das hier wahrscheinlich schicken. Echt? Ah. Da musst du ja immer noch dazu sagen, welche Minute, weil sonst... Oh. Ja, das kannst du hier einstellen. Das hat dir direkt da hinspringt. Echt? Ja. Das ist ein cooler Jumpmove. Ha! Wow. Nein! Nein! Ah! Ich glaub, wir beenden's hier mal. Warte, warte, warte. Aha. Aha, aha, aha. Ja, können wir machen. Okay, das war's mit diesen Parts von Super Meat Boy. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genau. Wenn's ich wieder geil bin und Lars auf Jakob steht. Das passiert fast täglich. Ja. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.